Ja, man kann natürlich auch im LibreOffice Diagramme einfügen. Man muss die nicht vorher in einem anderen Programm erstellen und dann rüber kopieren oder mit einem Bildschirmshot einfügen, sondern ich kann hier sagen, Einfügen, Objekt und hier haben wir das Diagramm. Und hier wird jetzt erstmal so ein Standarddiagramm eingefügt mit Platzhalterwerten und das kann ich natürlich verändern. Hier gehe ich mit einem Rechtsklick drauf, sage Datentabelle und dann sehe ich auch, welche Werte hier hinterlegt sind und wenn ich die gar nicht so brauche in dieser Vielfalt, dann kann ich hier natürlich draufgehen und kann anhand dieser Schaltflächen diese Spalten erweitern oder löschen und auch natürlich das Gleiche mit den Zeilen. Ich kann jetzt also hier sagen, diese Spalten brauche ich gar nicht. Dann schaut das Ganze schon mal so aus. Ich kann aber auch sagen, Datentabelle, ich möchte hier die Zeilen erweitert haben. Ja, wenn ich jetzt hier entsprechend ausfülle, dann ändert sich natürlich auch hier die Bezeichnung der Achsen und dann entsprechend auch die Höhenwerte. So, ich habe hier mal die Kategorien und die Y-Werte ausgefüllt. Wenn ich jetzt hier sage, okay, dann habe ich hier das Diagramm und das kann ich natürlich noch verändern. Also zum Beispiel kann ich die Legende ausblenden. Ich kann aber hier auch den Diagrammtyp entsprechend auswählen. Wenn ich sage, naja gut, für ein Balkendiagramm eignet sich das vielleicht nicht so gut, dann kann ich auch ein Kreisdiagramm auswählen und dann sieht das Ganze eben so aus. Hier macht es dann wieder Sinn, eine Legende zu haben. Wenn man hier entsprechend dann wieder raus will ins Dokument, klickt man hier außerhalb und dann ist man hier wieder ganz normal im Dokument und kann hier weiterschreiben.